Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Am 10. Oktober war es soweit. Ich habe die 400 Abonnenten auf YouTube erreicht. Und als 400 Abonnenten Special habe ich mir gedacht, ich stelle meine Esskünste unter Beweis. Indem ich eine neue Flatti Challenge starte. In der neuen Flatti Challenge geht es darum eine 38 cm Pizza. Ich zeige euch sie mal. Das hier ist die 38 cm Pizza. Und die habe ich vor in diesem Video komplett aufzuessen. Mal schauen, ob ich das schaffen werde. Bevor ich damit starte, werde ich drei Leute nominieren. Ich nominiere Ramses der Dicke, Kanal Phenomenal und Natururin. Mal schauen, ob sie es schaffen werden, eine 38 cm Pizza aufzuessen. Dann will ich mal starten. Da die Pizza leider nicht angeschnitten ist, muss ich das mit der Hand zertrennen. Oder mit Messer und Gabel. Aber ich mache es erstmal von Hand. Ich habe hier auch noch einen leckeren Pizzadip. Kann ich euch echt nur empfehlen. Denn dadurch schmeckt die Pizza noch einen Ticken besser. Dann können wir das mit den Pizzadip. Dann können wir das mit der Mache machen. Schnellt. Ich bin echt gespannt, wie lange ich brauchen werde. Ich werde mir richtig viel Zeit lassen. Ich werde mir richtig viel Zeit lassen. Also ich muss sagen, ich habe zwar großen Hunger, aber das auf Video aufzunehmen, wie ich das esse, das ist schon irgendwie so ein komisches Gefühl. Ich werde mir richtig viel Zeit lassen. 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 Es muss bestimmt sehr eklig aussehen, mich zuzusehen, wie ich eine Pizza esse. Ich werde mir richtig Zeit lassen. 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 Vielen Dank. Ich habe voll die Blähungen. Und der hat auch noch gebrannt. Gerade dann, wenn ich so eine Challenge mache, muss mein Wagen verrückt spielen. Also ich denke mal, dass ich das in diesem Video nicht aufschaffen werde, wenn mein Wagen weiter so eine Randale macht. Das ist echt ärgerlich. Also ich denke mal, die Challenge werde ich demnächst, wenn ich mal die Pizza nicht aufschaffen sollte, nochmal wiederholen. Aber ich hoffe das Beste. Ich weiß nicht, ob ihr meinen Magen überhaupt hört, aber der rumort schon die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Video nicht aufschaffen habe. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Video nicht aufschaffen habe. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Video nicht aufschaffen habe. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Video nicht aufschaffen habe. Also ich muss sagen, ich schwecke schon. Ich stimme mit mir. Okay. 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 Vielen Dank. Alter, mein Magenrumor die ganze Zeit. Alter, mein Magenrumor. Alter, mein Magenrumor. Alter, mein Magenrumor. Ich muss kurz pausieren. Ich muss kurz pausieren. Ich muss kurz pausieren. So, jetzt muss ich mit der Kabel ran. Also, ich denke mal, ich werde es definitiv nicht aufschaffen. Ich muss kurz pausieren. Ich muss kurz pausieren. Ich glaube, ich breche ab. Ja, ich breche sowas von ab. Also, eine 38 cm Pizza aufzuessen ist schon fast unmöglich. Schauen wir mal, ob ich noch ein paar Haken noch reinkriege. Okay. 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 So. 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 So.